Liebe Österreicherinnen und Österreicher, der heutige Nationalfeiertag ist nicht irgendein Feiertag, sondern wir feiern Österreichs Neutralität, die exakt auf den Tag vor 66 Jahren in Kraft getreten ist. Diese Neutralität hat unserem Land nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs zwei Eigenschaften in die Hand gegeben, die für Österreich und seine Menschen von unschätzbarer Bedeutung sind. Es geht um nichts Geringeres als um die Freiheit und die Selbstbestimmung. Die Freiheit, das tun zu können, was man will, und die Selbstbestimmung handeln zu dürfen, ohne dabei von anderen Menschen oder Kräften abhängig zu sein. Diese Freiheit und Selbstbestimmung müssen für unsere Heimat Österreich als Akteur auf der Bühne der Europa- und Weltpolitik gelten. Und sie müssen für jeden Einzelnen von uns in seiner Lebensführung gelten. Ein Gedenken an Ereignisse in der Vergangenheit an einem Feiertag wie dem heutigen, das ist kein Selbstzweck. Es bedeutet vielmehr, den Sinn der Ereignisse von damals in das Hier und in das Heute zu übertragen. Wie sieht es heute aus mit unserer Freiheit und unserer Selbstbestimmung? Das ist die Frage, um die es geht. Wenn man sie nicht stellt, kann man es gleich lassen. Dann sind Gedenkworte nur sinnentleerte Phrasen. Während Regierungsmitglieder in Ansprachen und Feiertagsbotschaften Österreichs Freiheit hochleben lassen, opfern sie im selben Atemzug unsere Eigenständigkeit und Souveränität am Altar der Europäischen Union. Was für eine Heuchelei. Während Regierungsvertreter heute von Österreich als Heimat schwärmen, versagen sie in derselben Sekunde dabei, diese Heimat vor illegaler Zuwanderung, Islamisierung und Terror zu schützen. Was für eine Heuchelei. Und während Regierungsvertreter Land auf, Land ab eines Befreiungsaktes gedenken, schaffen sie jeden Tag mehr die Freiheit der Menschen, die in unserer Verfassung garantiert ist, ab. Und der Staatsoberhaupt, das heute Abend seine TV-Ansprache hält, gibt dazu seinen Segen aus der Hofburg. Was für eine Heuchelei. Unter dem Deckmantel der Gesundheitspolitik wird gerade jetzt die Spaltung der Gesellschaft durch einen unverantwortlichen Bundeskanzler und seinen ebenso unverantwortlichen Gesundheitsminister mit 3G am Arbeitsplatz und den Plänen für einen Lockdown auf die Spitze getrieben. Der Befreiungsschlag aus der Pandemie soll darin bestehen, dass wir alle, ja, jeder von uns in einer anderen Form, unsere Freiheit und Selbstbestimmung opfern sollen, ohne dafür wirklich Gesundheit zu erhalten. Liebe Landsleute, wir Freiheitliche wollen Österreich als eigenständigen Staat, der gleichberechtigt im Verbund mit anderen handelt und wo alle wesentlichen Entscheidungen das Volk, das Souverän trifft, wiederbeleben. Durch einen Stopp des Ausverkaufs an Brüssel und durch eine Aufwertung der direkten Demokratie soll das gelingen. Das ist für die kommenden Generationen genauso lebenswichtig wie der Schutz unserer Natur, unserer Äcker und Wälder, unserer Tier- und Pflanzenwelt und unseres Wassers. Wir Freiheitliche wollen unsere Heimat bewahren, indem wir unsere Grenzen dicht machen gegen illegale Zuwanderung, anstatt jeden hereinzulassen. Wir stehen für ein Heimatrecht für unsere Österreicher und nicht für ein Recht auf Heimat in Österreich für alle Menschen, egal unter welchen Bedingungen sie zu uns kommen. Das ist vernünftig und das ist fair und auch das schulden wir unseren Kindern und Kindeskindern. Und wir Freiheitliche wollen Gesundheit und Freiheit nicht gegeneinander ausgespielt sehen, sondern beides miteinander verbinden. Das ist ebenso gerecht wie notwendig. Und es geht, wie uns ein Blick nach Schweden mehr als deutlich macht. Politische Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, heißt in diesen Tagen, alles dafür zu tun, einen Schulterschluss aller von der Regierung Manipulierten und Betrogenen zu versuchen. Ich rede von den Ungeimpften, die jetzt als Gesunde diskriminiert, entrechtet und an den Pranger gestellt werden. Ich spreche von den Genesenen und natürlich Immunisierten, denen man willkürlich nach ein paar Monaten ihren Schutz vor Covid-19 abspricht oder ihnen einen solchen erst überhaupt gar nicht zugesteht. Und ich meine damit auch die Geimpften, denen man nicht aufhört, eine falsche Sicherheit vorzukaukeln. Politische Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, bedeutet für mich, jeden Zwang durch Freiwilligkeit zu ersetzen und im Kampf gegen eine Pandemie bessere Wege aufzuzeigen. Wir tun das, indem wir den Vorschlag eingebracht haben, breitflächig Medikamente bei Erkrankten frühzeitig zum Einsatz zu bringen und damit schwere Verläufe weitestgehend zu verhindern. Diese Medikamente gibt es, die Wirksamkeit ist erwiesen und zielgerichtet auf Kranke. Diese Vorgangsweise ist billiger als die laufende Impftherapie und sie kommt ohne gefährliche Nebenwirkungen aus. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, heute ist es mir wichtig, mich bei allen zu bedanken, die diesen Weg bisher mit uns gegangen sind und uns unterstützen. Und es ist mir wichtig, all jene einzuladen, die jetzt vielleicht noch zögern, die Zukunft mit uns positiv zu gestalten. Denn eines ist ganz klar, allein, isoliert, getrennt voneinander und gespalten können wir nichts bewegen. Gemeinsam aber, da können wir alles erreichen. Ich wünsche unserer Heimat, der Republik Österreich, an ihre Spitze Politiker, die ihre Arbeit in Demut vor der Bevölkerung verrichten und nur dem Souverän und keinen Netzwerken und Zirkeln verpflichtet sind. Ich wünsche uns allen eine baldige Rückkehr zur echten Normalität und zu einem Leben in Freiheit, Gesundheit, Würde und ohne Spaltung der Gesellschaft. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen und trotz allem zuversichtlichen Tag der Freiheit.